Wir sind Vokoda und wir singen am liebsten A Cappella. Klassik, Jazz und Pop. Wir haben alle zusammen Musik studiert. Wir lieben es gemeinsam zu singen. Und wir sind richtig gute Freunde. Wir brauchen keine Technik. Wir brauchen nur uns, unsere Stimmen und das Publikum. Und dann wird's magisch. Dann bekommen auch wir Gänsehaut. Wenn wir im Konzert in die leuchtenden Augen des Publikums blicken, dann sind das die schönsten Momente für uns überhaupt. Mein Bruder macht im Tonkeln die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. I'm scared. I'm scared. I've never fallen from quite the sun, falling into your ocean eyes. Wir probieren's mal mit Chanson. Unsere Intonation ist wie ne Detonation. Wir sind die neue Nummer 1 der A Cappella Nation. Unser Klang strotzt nur so für Homogenität. Bei uns ist alles super tight. Kein Einsatz je zu spät. Zum ersten Mal sind wir ganz im Jetzt und Hier. Einfach nur toll. Beglücken muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Jedes Mal wieder sitze ich da und weine, weil ich den Klang so toll finde. Ich glaube für jeden ist irgendwie was dabei, was er sehr gerne hört. Und das ist einfach genial. Das Ensemble passt so gut zusammen, hat mich sehr beeindruckt. Und das ist einfach geil. Vielen Dank.